7 Wirksame Hausmittel gegen Nasenbluten Diese Hausmittel können sehr hilfreich sein, um Nasenbluten zu stillen. Wenn es jedoch häufig dazu kommt, solltest du auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, um die Ursachen dafür herauszufinden. Nasenbluten, das in der Fachsprache als Epistaxis bezeichnet wird, kann immer wieder vorkommen, wobei es sich meist nicht um ein ernsthaftes Problem handelt. Doch in manchen Fällen kann Nasenbluten ein Warnsignal sein, das auf jeden Fall berücksichtigt werden sollte. In der Nase befinden sich viele kleine Blutgefäße und da dieser Bereich sehr empfindlich ist, können diese relativ einfach verletzt werden. Nasenbluten tritt spontan und unerwartet auf, häufig in den unpassendsten Situationen. Meist kommt es dazu, wenn die Schleimhaut im Inneren der Nase ausgetrocknet und hart ist. Es kommt auch sehr häufig bei Patienten vor, die antikoagulatorische Behandlungen erhalten und bei älteren Menschen, bei denen das Blut länger zur Gerinnung benötigt. Manchmal ist diese Erscheinung eine Reaktion auf reizende Chemikalien, übermäßige Hitze oder kontinuierliches Niesen. Nasenbluten kann glücklicherweise einfach kontrolliert werden. Wir stellen dir anschließend verschiedene Hausmittel vor, die einfach anzuwenden und sehr hilfreich sind. Beim nächsten Mal kannst du eines dieser sieben Mittel anwenden, um das Nasenbluten schnell zu stoppen. Erster kalter Umschlag Erster kalte Umschläge zählen zu den meistverwendeten und wirksamsten Lösungen, um Blutungen in der Nase zu stoppen. Die Kälte bewirkt die Kontraktion der Blutgefäße und hilft, den Blutfluss zu verlangsamen. Anwendung Ein paar Eiswürfel in ein Tuch wickeln und auf die Nasenbrücke legen. Lasse die Eiswürfel 5 bis 10 Minuten lang wirken und wiederhole die Behandlung, falls nötig. Zweiter Apfelessig Apfelessig ist ein organisches Produkt, das sehr hilfreich ist, um Blutungen in der Nase in kürzester Zeit zu stillen. Damit können die kleinen Blutgefäße versiegelt werden, womit die Blutung gestoppt wird. Anwendung Etwas Warte In Apfelessig tauchen und vorsichtig in das Nasenloch einführen. Lasse den Essig 8 bis 10 Minuten lang wirken, damit die Blutung zum Stillstand kommt. Erhole diese Behandlung immer dann, wenn es zum Nasenbluten kommt. Dritte Zwiebel Die in der Zwiebel enthaltenen Schwefelverbindungen sind perfekt, um Blutungen zu stopfen, die entstehen, wenn ein Blutgefäß in der Nase platzt. Die natürlichen Dämpfe der Zwiebel stimulieren die Zellreparatur während die Gerinnung des Blutes gefördert wird. Anwendung Ein Stück Zwiebel zur Nase führen, um den Geruch einzuatmen. Du kannst auch ein bis zwei Tropfen natürlichen Zwiebelsaft im Inneren der Nase auftragen. Vierter Brennnessel Die Brennnessel ist ein wirksames Naturheilmittel, das verschiedene gesundheitsfördernde Eigenschaften aufweist. Damit können auch Blutungen in der Nase gestillt werden. Dieses Wiesenkraut wirkt adstringierend und entzündungshemmend. Darüber hinaus werden mit Brennnesseln die Blutgefäße gestärkt. Brennnesseln helfen übrigens auch bei Atemwegsallergien. Zutaten Ein Tasse Wasser 250 ml Ein Esslöffel Brennnesseln 10 g Anwendung Das Wasser zum Kochen bringt Die Brennnesseln dazugeben und ein paar Minuten lang den Dampf inhalieren. Eine andere Möglichkeit ist, ein paar Tropfen Brennnesselsaft in die Nasenhöhle zu teufeln. 5-Vaseline Vaseline ist ausgezeichnet, um Nasenbluten in der trockenen Jahreszeit oder bei starken Klimaschwankungen vorzubeugen. Du kannst Vaseline direkt in den Nasenhöhlen auftragen und damit verhindern, dass die Blutgefäße platzen. Anwendung Ein wenig Vaseline mit einer sanften Massage im Inneren der Nase auftragen. Verwende nicht zu viel, da Vaseline weder inhaliert noch eingenommen werden sollte. 6-Zitronensaft Auch Zitronensaft kann direkt aufgetragen werden, um den Blutfluss zu verringern und das Problem schneller zu lösen. Anwendung 2-3 Tropfen Zitrone in die Nase träufeln, dabei den Kopf etwas schräg halten. Falls nötig wiederholen 7-Cayennepfeffer Cayennepfeffer stimuliert die Zellaktivität und hilft, den Blutdruck zu regulieren. Wenn du dir daraus einen Tee zubereitest, kannst du auch starke Blutungen in der Nase stillen. Cayennepfeffer fördert nämlich auch die Blutgerinnung. Zutaten 1 Teelöffel Cayennepfeffer 5 Gramm 1 Tasse Wasser 250 Milliliter Anwendung 1 Teelöffel Cayennepfeffer mit einer Tasse heißem Wasser überbrühen, etwas ziehen lassen und dann trinken. Du kannst auch Cayennepfeffer dreimal täglich einnehmen. Natürlich kannst du Cayennepfeffer auch zum Würzen deiner Speisen verwenden. Diese Hausmittel können zwar bei Nasenbluten sehr hilfreich sein, wenn dieses Symptom jedoch öfters vorkommt, solltest du auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, um die Ursachen festzustellen. Meist steckt dahinter keine schwere Krankheit, doch in einigen wenigen Fällen kann es ein Hinweis auf Krankheiten wie Leukämie oder Blutstörungen handeln.